Verwundet! Ich blute! Okay, woher fliege ich jetzt ein Tochter? das kann man Hecken haben wir hier noch drinnen. Oh, ist noch krackig. Beide der Coat. Wo krieg ich denn jetzt ein Coat her? Ich bin hier. Ich will den Kot Hm, ich will den Kot Also irgendwo muss es ja Wo komm ich da ein? Achso, ich will den Finesen vielleicht hab ich nicht mehr Oh, da Aber Da ist keiner Da ist keiner Da ist keiner Oh! Keiner mehr übrig! Keiner mehr übrig! Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil Krieg herrscht? Schweine! Untertitelung des ZDF, 2017 Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken. Sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt er wird. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Komapatienten die Beatmung einstellen. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken. Sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt er wird. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tennenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Komapatienten die Beatmung einstellen. Was für sie ist, würde ich gerne mit Mord anziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020